Im Paradies aber, Brüder und Schwestern, duften die Pflanzen wie Honig. Die Tiere lieben euch und ihr, ihr werdet schön sein wie die Liebe. So wie das Geld im Kasten klingt, die Seele in den Himmel springt. Nicht doch. Nicht doch. Nicht doch. Seht doch, die Dominikaner ziehen euch das Geld aus der Tasche. Na, der Teufel selbst schickt seine Helfer. Kauft den Ablass des Heiligen Vaters, Brüder und Schwestern. Und jetzt, ganz neu, auch für eure verstorbenen Verwandten. Sie müssen nicht länger in der Hölle sporen. Der Erzbischof presst euch aus wie jeder Fürst. Lasst euch nicht blenden, das Zeug ist wertlos.